Die Orgel Sie ist die Königin der Instrumente. Wer die Orgel spielt, spielt mehrere Instrumente gleichzeitig. Der kann Oboe, Klarinette, Streicher. Er kann ein ganzes Orchester quasi spielen und kontrollieren. Sie ist das älteste DJ-Pult der Welt quasi. Was man mit einer Orgel alles machen kann, das ist total unglaublich und unterschätzen viele Leute. Und ja, um das ein bisschen kennenzulernen, finde ich, dass ihr euch das mal ansehen könntet. Ich weiß jetzt nicht, ob das euch interessieren wird, aber ansonsten viel Spaß bei noch einem kleinen Stück. Und ja, vielen herzlichen Dank nochmal Leute und ja, ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Und ja, 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 vielen Dank.